Hallo ihr, ich zeige euch heute, wie ihr euren Schlafmodus aktivieren könnt, damit euer Smartphone über einen gewissen Zeitraum keine Nachrichten empfängt und ihr somit nicht gestört werdet. Bei Android-Geräten kann man über Einstellungen die Option Mein Gerät aufrufen und den Ruhemodus aktivieren. Wenn ihr mit OK bestätigt und die Funktion Benachrichtigungen sperren wählt, könnt ihr den Zeitraum eingeben, in welchem ihr nicht gestört werden wollt. Vor allem nachts, wenn ihr schlaft und nicht von eingehenden Nachrichten geweckt werden wollt, könnt ihr diese Anwendung gebrauchen. Bei iOS-Geräten könnt ihr in Einstellungen Nicht stören, manuell oder geplant die Schlafmodus-Funktion ausführen. Somit bleibt ihr ungestört und könnt euer Smartphone für eine Weile auf die Seite legen. Wenn ihr komplett auf Nummer sicher gehen wollt und gänzlich offline sein möchtet, dann aktiviert einfach den Flugmodus. Mehr frische Infos zu Apps, Smartphones und Tablets gibt's wie immer auf www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald!